Technik Träger, Cyberpunk, meine Fantasie macht klar Hi Leute, ich grüße euch. Ja, es kursiert in letzter Zeit ein Einstellungstutorial im Web herum, das euch zeigt, wie ihr eure Pico 4 tunen könnt, auf ein Optimum und das meiste rauszuholen könnt bei PCVR vorausgesetzt und wenn ihr da einen kleinen Einstellungsmarathon durchwandert. Ich versuche euch das Ganze hier so kurz wie möglich zu halten, dass ihr genau wisst, was ihr machen müsst, wenn ihr ab 4080 an Hardware besitzt. Ja, das ist die Voraussetzung für die Einstellungen, die ich euch hier zeige. Der Kollege, der das da gezeigt hat in seinen Anleitungen, der hat das mit beschränkterer Hardware gemacht. Das mag dann funktionieren, aber wenn ihr das Maximum rausholen wollt, dann müsst ihr das beachten, was ich euch hier zeige. So, als erstes, wenn ihr in der Pico Software seid, schaut ihr bitte, dass ihr hier alles einstellt. Ja, ihr guckt da, dass ihr da hier die Auflösung auf Ultra einstellt bei Einstellungen. Hier auch Bitrate auf Maximum ziehen, 90 Hertz einstellen, Frame-Pufferung einstellen, Codec HEVC H265. Das solltet ihr bitte bei der Pico 4 beachten. Die Pico 4 verhält sich anders als die Quest 3, die auch gut mit H264 umgehen kann und Höheren betraten, aber bei der Pico 4 ist das anderes. Bei der Pico 4 ist dieser Codec der beste Codec. Den einstellen, keinen anderen. Wenn ihr was Besseres wisst bei dem H264, ihr könnt gerne die Kommentare benutzen. Ich habe da wirklich ein paar Stündchen reingesteckt und kann mit dem H264 bei der Pico 4 nichts anfangen. So, Mikrofon könnt ihr einschalten, könnt ihr lassen. Audioausgabe, Headset, logisch. Allgemein, da lasst ihr so, wie es ist. So, Lab. Das hier ausschalten, Video-Superauflösung. Das braucht ihr nicht bei der Renderauflösung, die ich euch zeige. Ja, da könnt ihr froh sein, dass es überhaupt läuft. So, genau, 90 Hertz haben wir schon gesagt. Alles klar, gut. Dann sind wir hier. Bildschärfung 75, genau, gut. Dann haben wir erstmal Part 1 beendet. Jetzt geht es weiter. So, Part 2. Also, ihr geht bitte hier auf Anzeigen. Einblendet. Ausgeblendete Elemente einblenden lassen. Ihr müsst euch alle versteckten Unterdateien anzeigen lassen. Dann geht ihr bitte auf Benutzer. Auf euren Benutzernamen. Appdata. Das ist nämlich die versteckte Dateiordnerstruktur, die euch dann angezeigt wird. Roaming. Pico Connect. Und da geht ihr bitte auf Settings. So, und jetzt stellt ihr hier bitte bei Ultra 180 ein. Stellt da 180 ein. Lasst das hier offen. Ihr könnt das offen lassen. 180 stellt ihr da ein, okay? Und dann speichert ihr das hier. 180 und speichern. So. Dann geht ihr hier auf die Ordnerstruktur eures Computers. Programme. Pico Connect. Resources. Und dann wählt ihr das aus. Und dann habt ihr die Datei oder Quellcode Geschichte des Todes, ey. Also. Da könnt ihr hier drin übernachten, wenn ihr wollt. Bei den ganzen Zahlencode. Aber wir wollen das ja nicht. Deswegen gehen wir hier bitte auf Suche. Und dann müsst ihr euch nur zwei Befehle merken. Nicht melken, merken. Also, pass auf. Ultra. Und macht hier einen Haken rein. Dann könnt ihr das schön chronologisch durchsuchen. Also, Ultra mit zwei Doppelstrichen oben, ne. So. Geht ihr hier rein. Und dann geht ihr mit der Tastatur. Ja, mit der Tastatur geht ihr hier durch. Und stellt hier 3999 ein. Es geht eh nicht mehr als 3996. Der lockt das, ne. Weil der Dude, der euch das im Internet zeigt, der erzählt euch irgendwas von 4.000. Der soll mir zeigen, wie er das mit 4.000 bekommt. Der kriegt davon mit dem goldenen Löffel. So. Also, 3999. Ihr könnt auch 3999 einstellen. Ja, das könnt ihr auch machen. Geht auch. Kein Problem. Wichtig ist aber, bitte drückt keine Leertaste, Ente, Komma, Doppelpunkt oder sonst was. Weil, wenn ihr das macht, dann ist dieses Ganze am Arsch hier. Wirklich. Irgendeine falsche Taste oder irgendein Komma. Und das ist alles für den Bobbis. Na, da könnt ihr alles wieder löschen und neu installieren. Deswegen ganz vorsichtig, geduldig, behutsam da an den Dateistrukturen suchen. Stellt das hier ein. Und dann geht ihr bitte wieder auf Suchen und geht das nächste finden. Ihr klickt euch dann hier überall durch, wo Ultra steht. Und stellt dann das ein. Bei Value. Ja. Einfach immer nur ersetzen. Was da vorsteht. Basis ist bei Ultra 2560. Ja, da könnt ihr mal sehen, was ihr an Bildqualität hier noch rauswischt. So, dann macht ihr weiter. Dann geht ihr wieder hier. Seht ihr? Das sind, glaube ich, so zwei Felder, drei Felder. Na? Genau. Und wenn ihr durch seid, dann sagt ihr, jawohl, du bist durch, mein Lieber. Und dann habt ihr schon 20 Schweißperlen auf dem Kopf. Und dann merkt ihr euch bitte Befehl Nummer 2. Bei Bitrate, Punkt, Ultra. So, drückt Enter. Und dann gebt ihr hier bei Ultra 20,180 ein. Und geht dann zum nächsten Feld. Wie gesagt, wie ein Safeknacker hier vorgehen. So, immer alles durchchecken, dass da alles eingestellt ist. Und kein Komma, keine Leertaste, kein Nix. Da müsst ihr wirklich wie ein Schießhund aufpassen. Da müsst ihr eure Katze oder Hund oder sonst wen aussperren. Für mal einen kurzen Zeitraum, wenn ihr das hier macht. So. Dann Komma, 180, alles klar, ihr seid durch. Seht ihr? So. Erstmal aus, ab. Dann speichern wir hier. Zack. Zack. Und dann ist das hier gesetzt, okay? Und dann könnt ihr das hier einfach beenden. Ihr könnt das auch forcieren mit den Einstellungen. Das geht auch. Da geht ihr auf weitere Optionen, Eigenschaften, Sicherheit. Und dann könnt ihr bei Benutzer Vollgriff zulassen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Geht. Kein Problem. Könnt ihr den ganzen Vollgriff zulassen, wenn ihr wollt. Und dann fangen wir an und starten SteamVR, würde ich sagen. Ich muss nur gerade durchchecken, Leute, ob er mir dann auch wirklich die VR-Ansicht zeigt. Und deswegen stoppe ich das jetzt mal hier, weil ich hatte bei der normalen Aufnahmefunktion mit der Pico 4 einen extremen Leistungstrop. Da hat er mir die Latenz auf volle Kanne, auf 160 hochgeschossen, wenn ich mit der Pico Software aufnehmen wollte. Deswegen, wie gesagt, teste ich das jetzt erstmal hier mit OBS. Und dann hören wir uns im Spiel gleich, ja? Ja, da bin ich dann ins Spiel gesprungen. Wir sind jetzt hier in Part 3. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen aufgenommen, um euch meinen Eindruck zu vermitteln. Ich benutze immer gerne standardmäßig Carve Life LX, weil es immer sehr gut optimiert ist. Und man da, wie gesagt, einen sehr guten Eindruck bekommt. Also, was ich im Display eingeblendet bekomme vom Pico Overlay, wo man kontrollieren kann, wie gut die Latenz ist. Da kann ich euch sagen, wenn ihr das per Wireless spielt mit diesen Einstellungen, seid ihr ungefähr so bei 30 bis 32, 35 in der Latenz mit einem Wi-Fi 6E Router. Wie immer, ich habe einen in der Videobeschreibung, den ich wärmstens empfehlen kann. Und der ist auch nicht überteuert, ja, ihr werdet dabei nicht arm, wenn ihr den kaufen wollt. So, einmal das. Zum Zweiten haben wir, wenn wir das Ganze mit USB-Kabel spielen, Latenzen von 25 Millisekunden bis 30 Millisekunden, was natürlich überragend ist. Also, da kannst du nichts sagen. Optisch finde ich das sehr, sehr ansprechend. Also, in der Renderauflösung mit der Pico 4, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ein Brett, sage ich euch. Wir bewegen uns ja jetzt hier bei 319 Euro für ein VR-PC VR. Also, ein PC VR-Hertset, was kabellos ist. Unvorstellbar. Ja, da gibt es nicht mal eine Millisekunde darüber nachzudenken. Was ich da jetzt auch dann gesehen habe, damals, als ich die Pico 4 benutzt habe, habe ich nicht diese Optik genießen können, wie ich das jetzt hier mit diesen Settings habe. Das Headset ist Wahnsinn für das Geld. Wahnsinn. Und jetzt habt ihr auch noch hier eine Anleitung Volley bekommen, wie ihr mit eurer Hardware da alles rausholen könnt. Klar, ihr müsst da mal schauen bei der Renderauflösung, wenn ihr die einstellt, wenn ihr auch schwächere Hardware habt, dass das dann läuft. Aber das geht alles. Und wenn ihr keinen Bock auf das habt, was ich euch gezeigt habe, könnt ihr auch die Basiseinstellung mit 150 MBit benutzen. Aber dann geht euch wirklich was. Also, mit diesen 180 MBPS jetzt hier eingestellt, läuft das wirklich mit der Renderauflösung butterweich. Und es steht im selben Codec kaum der Quest 3 nach. Also, die Quest 3 sieht nicht besser aus. Sorry. Das muss ich euch geradeaus direkt sagen. Also, es gibt es klar Vorteile im H265-Codec, da man da aufgrund des besseren Wi-Fi höheren WPS-Raten fahren kann. Aber die sind nicht schwerwiegend für das, was man hier an Bildqualität bekommt. Also, ich bleibe dabei schon, wie damals in meiner Review zu der Quest 3 auch gesagt. Wo, oder mein Eindruck, wo ich euch erzählt habe, dass ich der Meinung bin, dass man schon damals nicht mit der Pico 4 einen Grund hat, auf die Quest 3 als PC-Vorherspieler zu wechseln. Und mit diesen Einstellungen 0,0, 0,0, sage ich euch ganz ehrlich. Also, da gibt es nämlich überhaupt keine Diskussionskunde in dieser Hinsicht. Und vor allen Dingen ist ja erstaunlich, wie Pico jetzt auch in den letzten Monaten da gut gearbeitet hat und das Headset dann auch in der Software verbessert hat. Auch mit den Streaming-Assistenten da viel optimiert hat. Also, Chapeau, was willst du mehr? Und mir gefällt die Oberfläche der Pico-Software, also dieser Connect-Software, besser als die von Meta. Sage ich euch ganz ehrlich. Das muss man ganz klar eingestehen und anerkennen. Und ganz, ganz klar, sage ich euch, wenn Pico, wenn die in den US-Markt gekommen wären, ich sage euch, die hätten rasiert. Die hätten rasiert. Die Amerikaner, die sind offen für sowas, ja. Die hätten das gekauft, die hätten Bock drauf gehabt. Nur diese ganze Politik und dieses Drecksgelaber, ja, sorgt dafür, dass die da nicht rübergekommen sind. Sonst hätten die pushen können und hätten Meta gejagt. Glaub mir, die hätten Meta gejagt. Das wäre wirklich kein Spaß für Meta gewesen. Vor allem bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, die Verarbeitung, die Linsen, dieses Gefasel da jedes Mal von so kleinen Bazillen, die im Websicht ausgebreitet haben, in den letzten Monaten, ne. Die haben sich ja förmlich gefreut. Man kann seine Späßchen machen. Guck mal, wir machen alle unser Spaß über HTC-Mikrofon, ne. Das ist überall gern geäußert, dieser Spaß. Oder manchmal macht man auch mal Späßchen über das Gewicht von der Pimax selber. Mal ganz im Ernst, Leute, ja. Also, so wie über Pico in den letzten Monaten abgehatet wurde, ne. Das war ja echt nicht mehr feierlich. Also, die haben es ja, die haben sich ja gefreut. Die haben sich in die Händen gerieben, ne, dass Pico gescheitert ist, ne. Haben das dann mega schlecht dargestellt, das Headset. Und wisst ihr, es gibt diese Bazillen und es gibt diese Bazillen. Aber diese besonderen Bazillen, die sich angesprochen fühlen, die sorgen dafür, dass die das immer hinterlistig machen. Wie so ein Messer jedes Mal im Rücken stechen, weißt du. Die machen dann so Pico in so manchen Bereichen schlecht, weißt du. Die sagen dann, ja, Pico hat so und Pico hat dann mit den Linsen. Und dann haben die Farbverschiebung, dann haben die so, dann haben die das. Du merkst richtig, was da für harte Meta-Famboys dahinter stecken, ja. Und wie gesagt, nur weil sie da jetzt ein Meta-Headset haben, das, wie die, keine Ahnung, wie das heilige Ross feiern, ja. Sorry, ey, um es mal ganz klarzustellen, damit wir uns hier verstehen. Mir sind die Firmen alle scheißegal, ja. Das sage ich euch klipp und klar. Wenn einem Produkt was taugt und gut ist, dann sage ich das. Weil ich muss mir die Scheiße selber kaufen. Und selbst wenn ich sie gesteilt bekommen würde und das Produkt scheiße wäre, würde ich sagen, ja. Weil sonst haben die keine Chance, sich zu verbessern. Aber immer Kritik mit Kontext äußern. Ja, das ist sehr elementar bei dem ganzen Thema. Weil einfach nur Kritik äußern und sagen, etwas ist scheiße ohne Kontext, das ist nicht so gut. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und ich sage es euch, klipp und klar, was diese Pico 4 für 319 hier rockt. Das ist wirklich absoluter Knaller, ey. Absolut. Ihr seht ja selber im Spiel, ich habe euch dann versucht, da zu zeigen, wie dann so die Kompression mit dem H262-Codec in der Pico 4 wirkt. Und das ist alles Sahne. Ja, das ist alles Sahne. Ja, das Headset hat auch noch den riesen Vorteil, dass es sogar leichter ist als die Meta-Headsets, ja. Und ganz ehrlich, wenn einer wirklich ernsthaft überlegt, eine Quest 2 zu kaufen, macht es nicht, Leute. Macht da einen Bogen um 500 Meter, ja. Kauft euch die Pico 4, verbindet die mit einem guten Gaming-Laptop im Idealfall. Oder guckt, dass ihr, wie gesagt, dann euch dann mit den Spielen, die im Pico-Store sind, anfreundet. Und das sind dreischaltig, also da sind Top-Kareter mit dabei, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und ihr habt auch bei Pico den Vorteil, dass die da richtig anständige Rabatt-Aktionen raushauen, wo sie da wirklich schon mal 30% auf ein reduziertes Spiel draufknallen. Und nicht wie Meta euch das dann nicht erlauben, ne, in ihrem Store, also. Und wenn ihr so besondere Spiele über Steam VR habt, dann ist es eh egal, ne. Als PC VR-Headset, wow. Wow, 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 wie gut dieses Headset ist, ey. Und noch geworden ist, ey, mit der Zeit, ne. Das ist crazy. Weißt du, wenn du so lange unterwegs bist mit der Pimax Crystal, mit der Vario Aero, das sind ja absolute High-End-Headsets, ne. Oder auch der Quest Pro mit dem Local Dimming Zone, ne. Obwohl sie eine niedrige Auflösung hat, schlägt sich die Quest Pro echt gut. Im Vergleich zu den anderen Headsets immer noch, nach wie vor, ne. Das ist wirklich ein faszinierendes Gerät meiner Meinung nach, die Quest Pro. Aber deswegen bin ich kein Meta-Fanboy, ne. Also die haben ein gutes Produkt gebaut, ich nutze es, toll. Ne, ich bin mit denen nett verheiratet, dass ich da jedes Mal mal alles hier pushen muss und nur loben muss und alle anderen Hersteller taugen nichts oder haben die Einschränkungen, haben die Einschränkungen. Vor allem diese Vögel, die das immer so rausposaunen, ne. Die sind da richtig wirklich motiviert, da immer Pico schlecht zu machen, in jeder Hinsicht, ne. Ja. Nicht mal so ironisch das, ne, so mit Späßchen oder so, sondern immer wirklich knallhart so ein Hate so raushauen, so versteckte Hates, weißt du so. Wo dann du merkst, dass die dann irgendwie so Meta-Fanboys sind und das nur schlecht machen wollen, das Gerät, ne. Also insgesamt kann ich euch wirklich sagen, der zweite Kauf hat sich wieder gelohnt. Ich hab ja das Ganze mit dem ARM4R Face-Gasket hier nochmal gepimpt, das ist der Hammer. Also ARM4R, was die für geile Face-Gaskets bauen, ehrlich. Also das können die, das können die bei ARM4R, das muss ich euch echt sagen. Nur, was hier mir aufgefallen ist, bei der Pico 4, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, wenn ihr ein kleines IPD habt wie ich, ja, da müsst ihr gucken, dass ihr die Nasenflügel rausnehmt, weil der blockt euch sonst bei 59,5 IPD, äh, ja, die IPD-Einstellung, die motorisiert übrigens, das hat ja noch nicht mal, äh, der Rest der Crew von den Standalone-Netsets, ne, genau. Ja, ja, und das blockiert ihr euch auf 59,5. Erst wenn ihr diesen Nasenflügel rausnehmt, könnt ihr auf 58 gehen, ne, also auf den kleinsten Wert in meinem Fall, wenn ihr ihn da größer habt, dann hat es keine Relevanz, ne, dann ist ja eh egal. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, ne, beim ARM4R Face-Gasket, aber, Face-Gasket, aber das, wie schon bei der Quest 3, das liegt wie eine Couch im Gesicht. Ja, und diesen Luftzug, den da Leute mal gerne kritisieren bei der Pico 4, den ich eigentlich damals beim Standard-Face-Gasket gar nicht mal so unangenehm fand, irgendwie, keine Ahnung warum, äh, ich fand es irgendwie angenehm, dass dann mein Luftrauch durch meine Nase durchweht, nicht auf so meinen Augen. Das ist wieder eine Sache der Geometrie oder, ja, Gesichtsform, ne, wie der Wind weht. Ja, wie der Wind weht, genau. So wie die Meinung von Pico manchmal, äh, unterwegs ist, so weht der Wind dann auch, äh, unterschiedlich auf den Gesichtern. Und mit dem ARM4R Face-Gasket, muss ich euch sagen, weht der Wind, äh, gar nicht in meinem, äh, Gesicht. Also, das Face-Gasket ist irgendwie so strukturiert, dass ich überhaupt keinen Windrauch mehr im Gesicht habe. Ja, und ich hab dann, äh, nochmal ein bisschen die Tasche gegriffen, weil das Angebot so gut war. Die haben bei Burbu nochmal 15% Rabatt auf ihren, äh, Akkupack, äh, Set bei der Pico 4 rausgehauen, ne. Aber das hab ich auch nochmal dazu gekauft, ja, weil die haben gute Arbeit geleistet bei dem Burbu Headstrap. Ja, verrückt, ja, ich fand das richtig geil. Schön Hinterkopf, ne, kannst du dann da rausnehmen vom Standard, äh, Headset, ne, und hast dann schön Kopfband, so ein gepolstertes. Und, ja, das, äh, ist mit dem Burbu Akkus natürlich dann ein Träumchen in der Station, ne. Absolute Kaufempfehlung. Auch das von Burbu. Also, dieses ganze Paket, ne, und das ist auch noch leichter, äh, vom Gewicht trotz Headstrap und Akkupack auf dem Kopf als eine Quest 3 zum Beispiel, ne. Wahnsinn. Das ist wirklich erstaunlich, wie die da bei Burbu das immer wieder hinbekommen, ne. Auch bei der Quest 3 mit dem Headstrap, ja. Äh, das auch so auch bequem auf dem Kopf liegt, trotz des Gewichts, ne. Ich, ich, ich finde die super. Also, Burbu haben wirklich bei mir auf jeden Fall ein Brett, äh, bei ihren Sachen, die sie da bis jetzt rausgebracht haben. Haben vorher auch Kiwi, hab ich, äh, gesehen, ne, sind auch viele sehr, äh, zufrieden mit. Sieht auch super aus bei Kiwi. Würde ich gerne mal ausprobieren von Kiwi die Sachen. Aber, äh, ist halt nie dazu gekommen, ne, weil ich kann nicht hier 1000 Headstrap haben. Als ich dieses Headstrap ja gekauft hab aus China, was ich euch gezeigt habe, ne. Das ist auch überragend, ey. Ich bitte euch. 8.000 Milliampere, ja, äh, für 30 Euro oder 40 Euro, was gekostet hat, ne. Wahnsinn, Wahnsinn. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Wenn ihr wollt, wie gesagt, und Interesse habt an dieses China Headstrap, ich verkaufe das momentan auf Ebay. Könnt ihr gerne kaufen. Äh, 40 Euro plus Versand, ne. Mach jetzt ja ein bisschen Eigenwerbung. Hahaha. Wenn ich schon nicht irgendwelche Sachen gestellt bekomme. Hahaha. Äh, dann kann ich ja wenigstens die gekauften Sachen euch, äh, zu guten Konditionen, äh, aus Deutschland verschicken. Genau. Ja, auch das andere Headstrap aus China. Für 10 Euro, was ich da, oder 15, ne, 15, ne, 15 oder 16 Euro waren es damals. Ne, 18, 18, glaub ich, waren es genau, was ich gekauft hatte. Verkaufe ich auch. Sogar weniger 15 Euro, Versand aus Deutschland, ne. Also, wenn ihr mal ein Quest 3 Headstrap braucht, schreibt zu. Oder vielleicht breite ich es ja einfach und überlege mir das Ganze an die, äh, Pico 4 zu modden. Hm. Ist ja jetzt schon, ich hab ja, bei Meta, die ging mir so auf den Sack, ey. Könnt ihr euch das vorstellen? Die, die haben Patent- oder Markenrechte angefechtet und haben mich mit E-Mails bei Ebay zugespammt, ja. Dass ich ihr Markenrecht verstoße, weil ich ein Meta Quest 3 Headstrap verkaufen will, äh, äh, mit 8000 Milliampere. Ampere, da haben sie wirklich gesagt, ich verstoße gegen ihr Markenrecht bei Ebay. Ey, die wollten meinen Ebay-Verkaufsaccount sperren wegen den Vögeln, ey. Keine Ahnung, bei Meta, die haben nix zu tun, ne, glaub ich. Dass die da Privatleuten auf den Sack gehen mit sowas. Na, für sowas haben die Geld, ne. Für sowas haben die bei Meta Geld. Naja. Also, Fazit, Pico 4, sowas von Empfehlung. Und ihr kleinen, dreckigen Bazillen da draußen. Mal einen ganz großen Finger an euch gerichtet, ja. Aber sowas von. Pico ist richtig geil. Für das Geld. Ja, für das Geld werdet ihr kein Meta Headset mit dieser Qualität zur Zeit bekommen. Ja, kein Meta. In keinster Weise. Und dieses ganze Rant, was ihr gegen Pico rausgehauen habt, das könnt ihr euch vertikal irgendwo hinschieben. Ja, das ist meine Meinung. Und wenn ihr euch hier auf meinem Kanal verlaufen habt, ja, dann macht die Fliege. Solche Bazillen wie euch will ich hier nicht auf meinem Kanal haben. So. Das muss mal gesagt sein. Für Leute, die sich für ein PC, VR-Headset interessieren oder ein schönes Standalone-Gerät, Wireless-Gerät, Ihr habt meine wärmste Empfehlung dafür. In der Videobeschreibung findet ihr Links. Und wenn ihr da mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne benutzen, die Links. Das würde mich freuen. In dem Sinne, einen schönen Tag oder schönen Abend. Und ciao. Ciao.